Vielen Dank. 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 ich mal mit zwei, drei Beispielen herausstellen, wie Dynamik sich mittlerweile schon bei uns manifestiert hat und welche Auswirkungen das erzeugt. Ich stelle mal ganz provokant die Frage, wer stellt denn in Deutschland Autos her? Irgendeiner eine Idee? Das Marketing der Firma ist sonderlich mies, stelle ich gerade fest. Okay, ich bin überfordert. Ja, das ist einer der gängigen, großen. Ah ja, genau. So kann man es natürlich auch betrachten, genau. Porsche wurde schon erwähnt, ja, VW, Audi, genau. Ich gehe mal einen Schritt weiter und frage, wer stellt Elektroautos her in Deutschland? Was war da hinten? Daimler. Genau, Daimler. Aber exakt ist es richtig. Kennst du den Vortrag schon? Genau, die deutsche Post stellt Autos her. Elektroautos logischerweise. Zwar ja zu erwarten, ist ja völlig klar, dass die das machen, dass eine Firma, die Expertin der Logistik ist, auch sagt, naja, Logistik kriegen wir hin und dann können wir auch noch was anderes. Ganz gut. Das zeigt ganz toll, das Beispiel aus meiner Sicht, wie viel Veränderungsmöglichkeit gegeben ist, was alles möglich ist. Ich meine als etabliertes Unternehmen wie VW, Audi, Porsche, die haben mittlerweile schon mehr als 100 Jahre Expertise, also zumindest Teile des Unternehmens. Und da muss ich natürlich damit rechnen, dass jeder x-beliebige, jede Firma und Unternehmen auf die Idee kommt, ich stelle Autos her. Könnte ja auch eine IT-Firma auf die Idee kommen, Autos herzustellen, Tesla oder sowas. Also es ist unheimlich spannend, wie viel Veränderungsmöglichkeit gegeben ist und wie wenig sowas einzuplanen ist. Ich meine, wenn ich jetzt vorstand bei Audi wäre, würde ich auch nicht damit rechnen, dass die SYNIX plötzlich anfängt, Elektroautos herzustellen und damit Konkurrenz darstellt. Also Deutsche Post ist nicht direkt Konkurrenz, muss man dazu sagen. Also zumindest bis jetzt noch nicht. Ein weiteres Beispiel, das ich interessant finde mit Dynamik, ist auch die Frage, wonach orientiere ich mich, wenn sich doch so vieles verändert. Und viele orientieren sich früher und auch heute noch an Experten. Und Experten findet man zum meisten Unternehmen relativ weit oben. Und da möchte ich mal eine Expertenaussage, so ein Zitat, mal kurz vorstellen. Ein CEO von Microsoft hat mal gesagt, there is no chance that the iPhone is going to get any significant market share. No chance. Er hatte damit nicht ganz recht. Prognosen sind halt schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Also ohne Frage, das ist völlig klar. Aber wenn ich mich jetzt orientieren möchte in einem Unternehmen, tue ich mir schwer mit solchen Aussagen. Gucken wir mal noch in unsere eigenen vier Wände, was passiert hier alles in den letzten Jahren. Das muss man gar nicht so weit zurückgucken. Praktiker, Schlecker, Air Berlin, vielleicht kennt das noch jemand von euch. Das sind Firmen, die es auf diese Art und Weise so nicht mehr ganz gibt. Aktuelles Beispiel, was man noch, also die sind in anderen Kerngeschäften und anders aufgeteilt und passiert viel, aber zumindest Schlecker als Marke gibt es zum Beispiel nicht mehr. Ich muss mich da schon korrigieren. Ein anderes Beispiel, was noch ganz interessant ist, falls jemand von euch in den letzten Wochen mal Handelsblatt gelesen hat, da gab es ein Unternehmen, das heißt Wirecard. Sagt irgendeinem das Unternehmen Wirecard etwas? Ja, genau, sehr bekannt, richtig. Wirecard ist im Online-Payment-Service tätig und hat nicht mal 5000 Mitarbeiter und ist jetzt in der Börse schon mehr wert wie die Deutsche Bank. Das kann man alles gut einplanen. Also es ist total interessant, wie viel mittlerweile sich da auf dieser Welt tut und was das alles für eine Bedeutung und Auswirkung hat. Jetzt habe ich euch mit plakativen Beispielen vielleicht genervt, gereizt, mal gucken, vielleicht auch belustigt, aber ich bin ja im Herzen auch Naturwissenschaftler. Also ich habe ja nicht umsonst so ein Studium gemacht, also irgendwo war ja mal die Motivation da und da habe ich mir die Frage gestellt, gibt es eine Theorie, die das vielleicht untermauern kann, dass es überhaupt diese Dynamik gibt und wenn, wie? Und da bin ich auf eine Theorie gestoßen von Professor Peter Kruse, ein Netzwerkforscher, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist und der hat gesagt, naja, wir müssen uns mal die Systemarchitektur unserer Gesellschaft angucken. Was hat sich da verändert? Und da wagen wir mal einen frechen Blick außerhalb, sehen diese dynamische Weltkugel eingebettet in so ein Netzwerk. So, ich sehe vielen kleinen schönen Schnüre und Punkte. Ja, was haben wir gemacht die letzten Jahrzehnte? Aus seiner Sicht haben wir es geschafft, dass wir extrem viele Teilnehmer intensiv miteinander vernetzt haben. Und das nicht nur, weil wir mittlerweile von A nach B fliegen können, teilweise sogar sehr günstig, Millionen Container transportieren können in kurzer Zeit. Nein, wir haben eine Plattform erzeugt, die es ermöglicht, dass Menschen weitestgehend unabhängig von dem Ort und der Distanz, die zwischen denen besteht, also Afrika, Europa oder sowas, aber auch Zeit und Sprache fast schon irrelevant wird. Diese Plattform wurde mal liebevoll von unserer Kanzlerin als Neuland bezeichnet. Sie hat aber gar nicht so Unrecht, weil die Auswirkungen sind für uns schon vielerweise neu. Nein, die Plattform kennt man unter Internet. Tja, was haben wir da noch gemacht? Wir haben durch Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Foren, Nachrichtendienste etc. die Menschen intensiv miteinander vernetzt. Intensiv. Ich meine, was wäre Trump ohne Twitter? Ich glaube, irgendwie so hat er es mal ausgedrückt. Also das ist irgendwie schon relevant. Aber jetzt kommt noch was Eigenes dazu, noch eine Eigenschaft, die unsere Gesellschaft laut Peter Kruse auch ausmacht. Es gibt noch spontane Aktivität in diesem Netzwerk. Spontane Aktivität meint, dass jeder von diesen Teilnehmern plötzlich aktiv sein kann. Das ist nicht planbar, nicht vorhersagbar, wer da wie aktiv wird. Auch durch die Mobile Devices. Jeder hat heutzutage Internet, zumindest hier in unserer Kultur, zumindest jeder einen Zugang. Und das hat extreme Auswirkungen, also wirklich extreme Auswirkungen. Und das möchte ich kurz mal über eine akustische Hörprobe euch zeigen. Und zwar werde ich jetzt gleich ein Lied abspielen. Also ich werde nicht singen. Es hat schon mal einer gedacht, dass ich singe. Nein, das tue ich nicht. Das möchte ich euch ersparen. Nein, ich werde direkt ein Lied abspielen, was im Refrain startet. Und würde mir einen Gefallen tun, wenn er durch eine nonverbale Körperreaktion so ein Handzeichen mir signalisiert, ich kenne dieses Lied. Betonung auf kennen, ihr müsst es nicht mögen. Okay, weil das ist Demonstrationszwecke und für mehr nicht. Jetzt gucken wir mal, ob das auf Anhieb funktioniert. Also dann drei, zwei, eins. Okay, das reicht schon. Es reicht. Die ersten zwei, drei Sekunden reichen. Der, der sich nicht gestreckt hat, kennt dieses Lied tatsächlich nicht. Also war irgendeiner dabei, der das Lied noch nie im Leben gehört hat? Ernsthaft jetzt? Ja, kennst du das Lied nicht? Klasse, das finde ich gut. Ja, du hast nichts verpasst. Das tut mir nur leid, Markus, dass du jetzt das Lied kennst. Also das Lied heißt Gangnam Style und ist von dem Autor Psy, von Künstler Psy. Ja, und kommt aus Korea, Südkorea, um genau zu sein. Keine Schande, du hast nichts verpasst. Also ich meine das ernst, was nichts verpasst. Das Video, ja, das Video, ja, das könnte vielleicht sein. Also sonst kannte jeder das Lied. Finde ich schön, sehr gut. Das bestätigt mal wieder diese Theorie. Dieses Lied, man mag es kaum glauben, hat die Welt verändert. Ja, das erschreckt mich auch immer wieder. Nein, nicht nur, dass YouTube den Zähler von 2 hoch 32 verändern musste, weil sie nie davon ausgegangen sind, dass irgendein Video es schaffen wird, über eine Milliarde und zwei Milliarde und fast drei Milliarde zu kommen. Ne, das ist gar nicht der Punkt. British Airways zum Beispiel hat gesagt, die Nachfrage ist so dermaßen gestiegen von Südkorea, dass wir sechs Tage der Woche Südkorea, also vor allen Dingen Seoul, da wo der Psy herkommt, anfliegen müssen. Das ist ein Aspekt. Die Firma vom Vater von Psy, Firma vom Vater von Psy, ist an der Börse gelistet, hat aber nichts mit Musikbusiness zu tun, hat rote Zahlen geschrieben und hat es fertig gebracht, um 600 Prozent den Aktienwert zu steigern. Da kann man jetzt einen Kausalzusammenhang vermuten, vielleicht auch nicht. Ist auch wieder gefallen, der Aktienkurs, Gott sei Dank, also die Regulation funktioniert. Kurze Zeit später, als das nächste Video von Psy rauskam, ist wieder der Aktienwert um mehr als 600 Prozent gestiegen. Das ist faszinierend. Aber, und das ist der interessanteste Punkt, die Außenhandelsbilanz von Südkorea hat sich das erste Mal nach fünf Jahren ins Positive gewandelt. Aufgrund von koreanischer Popmusik. So, ihr lacht? Sehr gut. Was bedeutet das? Ich bin überzeugt, wenn ich dieses Video jedem von euch einzeln zuvor gezeigt hätte, bevor es rausgekommen wäre, ich hätte euch gefragt, glaubt ihr, das wird das meistgesehenste Video auf YouTube, glaubt ihr, das wird die koreanische Handelsbilanz ins Positive treiben? Nein, auf keinen Fall. Ja, genau. Davon bin ich überzeugt, weil ich jetzt auch nicht gedacht habe, mich erschreckt das immer noch. Aber das signalisiert und zeigt, welche Macht und welche Fähigkeiten so ein Netzwerk hat. Also wenn man dieser Idee, dieser Theorie Glauben schenken möchte, die eine Chaosforschung, Komplexitätsforschung auch herrührt, dann muss man davon ausgehen, ein System, was stark miteinander verknetzt, verknetzt, ja, viele Knoten und viele Kanten, starke Vernetzung, wenn das System vorhanden ist, dann gibt es immer wieder Aufschaukelungseffekte. Irgendjemand in diesem Netzwerk wird spontan aktiv, postet irgendein Video auf YouTube, ja, und es teilt sich, es wandert durch das Netzwerk, es gibt Rückkopplungseffekte, es gibt Wechselwirkungen, auch selbst rückbezüglich auf sich selbst, es hat extreme Auswirkungen, könnte vielleicht sagen konstruktive Interferenz, das System schaukelt sich auf. Und sowas ist weder richtig planbar, noch ist es vorhersagbar. Und das zeigt dieses Beispiel ganz, ganz gut, also was da alles möglich ist. Wir haben eine Architektur, die aus einem stark vernetzten System besteht. Das ist meine Theorie, die ich glaube, auch so ganz gut leben zu können, dass das für mich, das was der Große sagt, ein schlüssiges Bild ergibt. Jetzt haben wir uns mal angeguckt, was ich in der Dynamik verstehe, welche Auswirkungen das hat, was die Theorie dahinter ist und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Unternehmen. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich habe hier ein Unternehmen mitgebracht, das ist ein fiktives Unternehmen, das kann für ein reales Unternehmen stehen, das möchte ich jetzt gar nicht behaupten, kann auch für Teile von einem realen Unternehmen sein. Vielleicht findet sich der eine oder andere biografisch dort wieder. Kann sein, dass er vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat, das will ich gar nicht implizieren, das kann passieren. Was finden wir hier noch außenrum? Wir sehen hier Umweltbedingungen, die ich in Form von Wetter dargestellt habe. Und da gucken wir uns mal zwei, drei an. Nehmen wir mal den Punkt Flexibilisierung. Das ist ein Megatrends, wenn man das so sehen möchte, sehe ich zumindest so, das ist ein Megatrend. Und zwar rührt das schon mit der Theorie, die ich gerade erklärt habe, eigentlich schon ganz klar, woher das kommt, was die Idee sein soll. Flexibilisierung meint, dass Unternehmen immer mehr das Gefühl haben, sie müssen flexibler und schneller reagieren. Ist auch kein Wunder, wenn man diese Eigendynamik und diese Veränderungsmöglichkeiten des Netzwerks und außenrum, was da alles gegeben ist, auch so sieht. Nehmen wir an, man wäre jetzt die Telekom und erfährt plötzlich, dass irgendeiner auf die Idee kommt, WhatsApp hochzuladen und dann innerhalb von einem Jahr haben 85 Prozent aller Android-User WhatsApp auf dem Handy. Blöd nur, wenn ein Teil des Business-Konzerts auf SMS beruht und man nicht selber auf die Idee kam, WhatsApp oder sowas zu erfinden. Dann braucht man einfach die Möglichkeit, flexibel zu sein, schnell zu reagieren. Ein anderer Aspekt, Individualisierung, den ich noch ganz interessant finde. Individualisierung meint, dass sich in unserer Gesellschaft, vor allem bei den Menschen, in den Firmen mittlerweile immer mehr dieser Wert wandelt. Und zwar, sie wollen eigenverantwortlich arbeiten, sie wollen mehr Flexibilität in der Arbeit haben, sowas wie Homeoffice. Führung soll anders sein, vielleicht nicht mehr nur noch top-down getrieben. Und das ändert sich mit der Zeit. Einer der ureigensten Vorbilder für Hierarchie und Führung in Deutschland, aber auch weltweit, das Militär beispielsweise, hat derzeit ein ganz großes Problem. Es gibt ja nicht mehr die Wehrpflicht, also müssen sie auch um Mitbewerber kämpfen. Also um nicht Mitbewerber, sondern die haben sie natürlich, Konkurrenz, sondern sie müssen darum kämpfen, dass sie Leute bekommen, die dort arbeiten wollen. Und sie haben mittlerweile für sich, das haben sie selber gesagt, herausgefunden, dass Führung, so wie sie es leben und verstehen, so nicht mehr möglich ist. Und das sagt einer der ureigensten Vorbilder. Das ist sehr interessant. Nehmen wir noch den Punkt Wettbewerb. Der Wettbewerb ist wie der Wind. Wenn er ordentlich bläst, sagt es nur aus, da macht es irgendeiner deutlich besser als das eigene Unternehmen. Und wenn dann das Unternehmen auf wackeligen Füßen steht, dann kann das ein Problem werden. Diese Umweltbedingungen sind aber erstmal nur Herausforderungen, die ja überall für alle Unternehmen und Branchen eigentlich so gelten. Mal mehr, mal weniger. Sie werden aber zu einem Problem, wenn die interne Übersetzung, also die Antwortmöglichkeiten, die Lösungsversuche, die ein Unternehmen bereitstellt, wenn die offensichtlich nicht geeignet sind für die Umweltbedingungen. Und genau so ein Unternehmen schauen wir uns an. Da haben wir so eine kleine Lupe und da zoomen wir mal rein. Ups, da sind wir. Was finden wir in diesem Unternehmen? Alte Lösungsversuche und alte Denkmuster. Dieses Unternehmen hat sich das Motto zu eigen gemacht. Hey, was früher schon ging, das sollte heute auch noch funktionieren. Was hat sich denn schon verändert? Bisher nicht viel, was sich verändert haben könnte. Und wenn es nicht funktioniert, dann aber nur deswegen, weil wir zu wenig von der Lösung verwendet haben. Also viel hilft viel und dann sollte das Problem funktionieren. Ja, und was könnten das so für Lösungsversuche sein? Da richten wir mal die Aufmerksamkeit auf folgende Struktur. Ich habe hier mal das Organisationsdiagramm mitgebracht, dieses Unternehmens. Das ist eine Aufbauorganisation in hierarchischer Form. Das ist naheliegend aufgrund dieses Bildes. Und interessanterweise, sobald dieses Wort Hierarchie auf den Tisch kommt und bei diesem Thema, wird ganz oft typisch schwarz-weiß gedacht. Hierarchie ist schlecht, Hierarchie ist böse, muss man abschaffen. So eine angestaubte Stammtisch-Diskussion, die man im agilen Umfeld auch immer noch oft findet, möchte ich gar nicht darauf eingehen. Ich halte davon auch nicht wirklich viel. Es kommt nämlich eher darauf an, wie Hierarchie gedacht und gelebt wird. Weil Hierarchie selber ist etwas völlig Natürliches, weder gut noch schlecht. Aber was ist eigentlich Hierarchie? Hierarchie meint, dass es eine gestaffelte Struktur ist, eine gestaffelte Struktur mit über- und untergeordneten Positionen. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Was heißt übergeordnet? Derjenige, der da oben ist, also übergeordnet, hat mehr Entscheidungsmacht, als der, der untergeordnet ist. Und das hat enorme Vorteile. Denn eine vermeintlich unentscheidbare Frage kann auf der nächsten Ebene entschieden werden. Für jeden ist klar, wer darf mit wem, wer trifft Entscheidungen, wer nicht. Wie sind die formalen Wege? Die Karrierewege sind eindeutig. Leute, die neu in das Unternehmen kommen, finden sich sehr schnell zurecht. Und das schafft Sicherheit und Stabilität. Ja, und da gibt es viele Psychologen, die früher auch gesagt haben, Sicherheit und Stabilität ist ein Grundbedürfnis. Und das ist tatsächlich so. Das ist wichtig. Wie kann das funktionieren? Ganz einfach. Also Entscheidungen zu treffen, dazu braucht man Informationen. Und die muss von ganz unten möglichst bis nach ganz oben barrierefrei fließen, damit ich mit guten Informationen gute Entscheidungen treffen kann. Das Gleiche gilt für Anweisungen. Die müssen von oben nach unten barrierefrei fließen. Also die Entscheidungen, die ich treffe in Form von Anweisungen wieder nach unten gehen. Und dann habe ich diese tolle Ebene, die es mir ermöglicht, tatsächlich einfach ermöglicht, zwischen Soll und Ist zu unterscheiden. Ganz einfache Kontrolle. Super. Jetzt gibt es aber eine Krux. Ja, Information kann nicht barrierefrei von unten nach oben fließen. Anweisungen kann es auch nicht. Selbst wenn ich sie schriftlich mache, geht nicht. Das hat die Neurobiologie schon lange Zeit, Kommunikationspsychologie auch. Das ist alter Schuh. Die Bedeutung einer Nachricht wird nicht durch den Sender bestimmt, sondern immer durch den Empfänger. Zack. Und da ist das Problem. Dadurch habe ich automatisch hier solche Kommunikationsfilter. Die sind nicht böse gemeint. Das kommt ja noch dazu, dass vielleicht Leute Informationen anders darstellen. Aber darum geht es gar nicht. Aber auch das ist noch nicht mal ein Problem. Sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und dieses Unternehmen hat sich gedacht, hey, das kann nicht wahr sein. Diese Abweichung zwischen Soll und Ist, das begrüße ich durch noch mehr Anweisungen und noch mehr formale Vorgaben. Herrlich, gell? Finde ich auch. Und dann haben wir hier Bürokratisierung in diesem Unternehmen. Das kann man schon machen. Wenn aber Flexibilisierung als Druck herrscht, ist Bürokratisierung vielleicht nicht gerade die ideale Antwortmöglichkeit. Das Unternehmen hat aber auch noch eine andere, weitere Eigenleistung erzeugt. Also eigene Lösungen natürlich. Und diese Eigenleistung ergibt sich wieder auch aus diesem ähnlichen Konstrukt. Information fließt von unten nach oben. Das heißt, oben verdichtet sich Information. Wir haben ein Informationsmonopol, was sich oben bildet. Das bedeutet auch, ich habe eine Potenzialdifferenz nach unten hin. Das heißt, ich erzeuge hier unten ein Informationsvakuum. Und je stärker so ein Unternehmen hierarchisiert ist, desto stärker erzeuge ich eine Trennung zwischen Denken und Handeln. Hier in diesem Unternehmen vor allen Dingen. Naja, das bedeutet, die da oben, die haben hier so ein paar neuronale Netzwerke, die ermöglichen Denkvorgänge. Und da können dann Ideen entstehen und Visionen. Sie müssen damit nicht zum Arzt. Das Thema ist auch schon durch. Und dann wird per Gießkanne schönes Unternehmen gegossen. Und wenn man jetzt bei dieser Metapher bleiben möchte, das Schöne bei Gießkannen und Wasser ist, dass natürlich dann hier Tröpfchen nur noch ankommen. Das verteilt sich. Das heißt, da kommt nicht mehr die volle Information und der Gesamtzusammenhang kommt da erst recht nicht an. Also ihr, wie da oben, wir denken. Und die da unten, die sollen das einfach nur noch umsetzen. Deswegen denken wir oben, werden dafür bezahlt. Sehr gut meistens. Und die sollen unten das ja einfach ausführen. Das habe ich jetzt mal übertrieben als Pflichterfüller, kopflose Pflichterfüller dargestellt. Das ist schon sehr gemein. Aber als ich das Unternehmen so untersucht hatte und mit denen gesprochen, dann haben die gemeint, sie fühlen sich so. Ja. Jetzt entsteht da ein gewisser Frust in diesem Unternehmen. Und zwar, die unten sagen sich, die da oben, die sollten mal hier unten arbeiten. Jedes Mal kommen irgendwelche neue Säue, die wir durchs Dorf treiben müssen. Die sollten mal das machen, was wir hier machen. Dann würden die ganz anders entscheiden. Also vielleicht so Proletariat-mäßig, so Diskussionen, die da entstehen. Alle sind da sehr gefrustet. Und die da oben sind auch sehr gefrustet, weil die sagen, das kann doch nicht so schwer sein. Die einfachsten Anweisungen können die da unten nicht ausführen. Entweder sie sind faul oder sie sind dumm oder sie wollen nicht. Und das ist ganz, ganz traurig, weil es hat sich in diesem Unternehmen ein Menschenbild etabliert, was man auch aus der alten Management-Schule noch kennt. Taylorismus, Douglas MacGregor, so als Stichwörter, kennt ihr vermutlich alle, weil sie auch in der agilen Welt immer wieder gern zitiert werden. Ja, der Mensch ist halt eben faul, der Mensch will nicht, der Mensch ist nur getrieben durch Geld und Angst. Das ist das Menschenbild in diesem Unternehmen. Sehr schade, weil daraus hat sich auch ein Führungsverständnis etabliert. Führung gleich Managen und Fremdbestimmtheit. Ah ja, da habe ich ja noch einen Esel und einen Eselstreiber. Spannend. Könnt ihr selber sinnvoll ergänzen, wer der Eselstreiber ist und wer der Esel. Was macht denn dieser Eselstreiber, wenn der Mensch doch durch Geld und Angst getrieben ist? Warum das nicht nutzen? Ich will, dass der Mensch, also der Mitarbeiter in meinem Unternehmen ein gewisses Verhalten an den Tag legt. Warum das dann nicht nutzen über Geld und Angst? Also der Esel kriegt hier seine Karotte. Das ist die Form der Belohnung. Ich belohne dein Verhalten. Das nennt sich operante Konditionierung. Ja, das ist ein toller Begriff. Ich konditioniere dein Verhalten über diese Karotte. Und wenn das nicht funktioniert, die milde Form der Bestrafung, ich kann dir deinen Bonus auch wegnehmen. Nicht, dass ihr mit einem Bonus rechnet, den ihr jedes Jahr versprochen bekommt und das nicht irgendwo mit einfließt. Nein, nein. Also milde Form der Bestrafung, ich nehme dir den Bonus weg oder ich hole gleich die Peitsche raus und sage dir, hört zu, hier warten zehn weitere auf diesem Platz. Ganz einfach. Das Bittere ist nur, der Verlierer hier ist nicht der Esel, sondern der Eselstreiber. Weil sobald der Eselstreiber aufhört mit der Karotte, der Peitsche, macht der Esel, was er will. Das ist einfach so. Da haben ein paar namhafte Forscher aus der Neurobiologie, Manfred Spitzer und auch Gerald Hüther, haben dazu ein bisschen was gesagt. Das Ganze nennt sich Tresurmethode und die Idee ist auch sehr alt. Man nehme eine Ratte, gebe ihr Zucker, um Verhalten zu belohnen, funktioniert. Man nehme eine Ratte, stecke sie in den Käfig, nehme eine Lampe, setze den Käfig unter Strom, immer dann, wenn die Lampe zuvor leuchtet. Lampe, Strom, Lampe, Strom, Lampe, Strom. Lampe, die Ratte hat es verstanden. Die Ratte macht genau das, was sie tun sollen. Nur gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen diesem Gedankenexperiment und in der Realität, dass einer ist ein Ratte und der andere ist ein Mensch. So groß mag der Unterschied sein und das ist er auch tatsächlich. Das funktioniert nur in gewissen Rahmen und die sind sehr klein. Das ist nicht übrigens nur meiner Meinung nach geschuldet, sondern das kann man auch nachlesen in Büchern von diesen Wissenschaftlern. Also vielleicht nicht ganz so provokant, wie ich es formuliere, aber tatsächlich findet man das so. Weil immer, wenn die Frage stellt, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren in diesem Unternehmen, stellt sich die Frage, wie kann ich das veranlassen, dass die das tun, was ich denen sage, dass sie das tun sollen. Nur etabliert sich das leider nicht. Wie in der Schule auch. Nur weil ich auf Physik lerne, heißt es nicht, dass ich danach Physik gut kann, sondern ich will ja eine gute Note haben. Die gute Note heißt nicht, dass ich danach gut Physik kann. Und so ist es ja auch. Der Esel lernt nämlich, wie kriege ich die Belohnung und wie umgehe ich die Bestrafung. Und das ist der lernende Punkt für den Esel. Naja gut, da hat sich dann eine gewisse Unternehmenskultur dort eingeschlichen. Das ist so, das ist der Schatten des Unternehmens oder der Kaugummi, der am Fuß klebt, der ist einfach da. Das kann ärgerlich sein. Da reicht es auch nicht. Das hat das Unternehmen gut gemeint, wenn es im Eingang so wunderschöne, große Werte an die Wand malt, mit Marketing ausgearbeitet. Respekt ist uns wichtig. Wir leben Vertrauen und Ehrlichkeit. Wenn doch für die meisten klar ist, Abwertung, Misstrauen und Kontrolle. Über die Differenz wird meistens nicht diskutiert. Also zumindest nicht offiziell, an einer Kaffeemaschine schon. Ja gut, also das wäre doch eine mögliche Erklärung dafür, warum dieses Unternehmen auf wackeligen Füßen steht, weil diese Lösungen, die das Unternehmen bereitstellt, für diese Bedürfnisse nicht gemacht ist. Und die Geschichte, die das Unternehmen über sich selber prognostiziert für die Zukunft ist, also wenn es so weitergeht, dann geht das alles hier vor die Hunde. Interessanterweise passiert es meistens aber nicht. Solche Unternehmen sind extrem klug und haben ein Eigenleben entwickelt. Wie kann ich lang überleben? Deswegen passiert es meistens nicht, auch wenn die sagen, oh je, Systemburnout, das haben wir demnächst auch schon vor uns. So, eigentlich hatte ich ja ursprünglich mir vorgestellt, wir machen so das Ganze ein bisschen interaktiver und ihr dürft in Gruppenarbeit und sowas. Wir sind ein bisschen mehr Leute, als ich ursprünglich dachte. Nichtsdestotrotz möchte ich da aber so einen gewissen Kompromiss eingehen und ich möchte euch jetzt zwei Fragen mitgeben. Und zwar werde ich die gleich darstellen, aber ich sage euch, was passiert. Ich würde euch vorschlagen, fünf oder zehn Minuten Pause zu machen, um Thrombose auch irgendwie vorzubeugen. Ihr sitzt hier und ich will nicht verantworten, dass hier einer umkippt, weil er zu lange sitzt. Also wir könnten so eine fünf oder eine zehnminütige Pause machen. Fünf, zehn, was sagt ihr? Fünf? Okay, nehme ich. Fünf Minuten Pause, dann könnt ihr euch nochmal ein bisschen Getränke holen, lasst ein bisschen frische Luft rein und ich gebe euch zwei Fragen mit. Die könnt ihr bewusst diskutieren mit euch selber in mehrfache Auswandlung, wie auch immer ihr personell aufgestellt seid innerlich. Könnt ihr auch mit, nein, ich meine ja nur, also auch da gibt es einige nette Theorien. Oder ihr diskutiert es mit einem anderen oder ihr nehmt sie einfach unbewusst mit und diskutiert, ohne dass ihr es merkt. Also ich habe mir gedacht, würde mich doch mal sehr interessieren, welche Umweltbedingungen ist denn euer Unternehmen ausgesetzt? Was würdet ihr sagen, nach dem, was ich erzählt habe, habt ihr wahrgenommen? Und wie reagiert euer Unternehmen darauf? Die Frage, diese beiden Fragen gebe ich euch mit. Wir machen ungefähr dann jetzt fünf Minuten Pause und dann gehen wir in eine kleine Diskussion rein. Sobald ihr den Dong hört, würde ich mich freuen, wenn der Verlust nicht mehr als 50% beträgt und die dann wieder hier drin sind. Ich werde jetzt einfach mal weitermachen. Wir haben mittlerweile wieder mehr als 50% der Leute, die davor da waren, sind auch jetzt drin. Das freut mich. Also ich glaube, noch keiner auf dem Weg irgendwie umgedreht. Was wir bis jetzt gehört haben, war ja für euch nichts Neues. Ist ja so. Das kennt ihr alle, das ist vielleicht nochmal in fremden Worten ausgedrückt. Nein, also das ist natürlich jetzt noch nichts Neues. Ganz klar. Wir werden uns jetzt ein zweites Beispiel angucken, das ja schon sehr weit entfernt ist von der anderen Idee, wie man Lösungen bereitstellen kann. Da habe ich euch ja eingangs schon gesagt, diese Figur hier, die da sehr provokant und arrogant daherkommt, weil sie so gefühlt nicht von dieser Welt mehr ist. Also dieses Unternehmen rauscht so quasi an diesen Ideen von den anderen Unternehmen vorbei. Das habe ich als Super GmbH mal bezeichnet. Der Zusammenhang ist ja echt schon gegeben. So ein dynamikrobustes Unternehmen. Das ist ja was Schönes. Wenn man so richtig schön dynamikrobust ist, dann hat man da vielleicht gute Möglichkeiten. Nehmen wir es doch mal unter die Lupe, was wir da schönes finden. Das Unternehmen lebt durch adaptive Lösungsversuche und flexible Denkmuster. Das Unternehmen hat für sich herausgefunden, Dinge verändern sich über die Zeit. Veränderungen. Und zwar nicht nur in dem einen Teil, sondern irgendwie in allen möglichen Teilen. Aber es ist nicht nur diese dauerhafte Veränderung. Wir sind stetig nur im Fluss und alles verändert sich durchgehend. Das ist so nicht ganz richtig. Es ist eine Balance zwischen Bewahren und Verändern. Das ist immer so. Zwischen Ordnung und Chaos fluktuiert sowas hin und her. Chaos ist aber nicht so gut. Wollen wir nicht. Und deswegen muss das Unternehmen auch gucken, dass es Komplexitätsreduktion betreibt, um aus diesem Chaos rauszukommen. Wie macht dieses Unternehmen das? Was hat das denn für Lösungsmöglichkeiten? Und plötzlich erkennen wir hier eine gewisse Redundanz. Man lernt ja, indem man Dinge wiederholt. Und das macht auch dieses Unternehmen. Vielleicht erkennt ihr eine gewisse Ähnlichkeit wie dem, was wir zuvor schon angeguckt haben. Nämlich wieder eine Architektur, die aufgebaut ist aus Knoten und Kanten. Wenn schon die Außenwelt Eigendynamik und Komplexität erzeugt, warum nicht im Inneren Eigendynamik und Komplexität bereitstellen? Und genau das denkt sich das Unternehmen. Ich erzeuge selber eine Dynamik und erzeuge selber Komplexität. Nach all diesen Möglichkeiten, die von außen auf uns einprasseln, brauche ich eine Vielfalt an Reaktionsmöglichkeiten. Und das macht dieses Unternehmen. Und zwar kann man sich jetzt mal die Frage gefallen lassen, ja was sind denn das für Knoten und was sind das für Kanten? Schauen wir uns mal diese Kanten an. Also hier so ein blauer Kanten, das ist so ein formaler Kanten. Also etwas, was das Unternehmen über lange Sicht etabliert oder weil es eine gesetzliche Vorgabe ist, eine Beziehung, die notwendig ist in diesem Unternehmen, eine formale Struktur, die gegeben sein muss. Und die schwarzen, diese schwarzen Kanten sind informelle Beziehungen, die sie im Unternehmen bilden. Und zwar immer dann, wenn es notwendig wird, ein Problem zu lösen oder indem man ein Ziel verfolgt. Dann bilden sich diese Kanten. Und wie gesagt, vielleicht hat sich da eine blaue Kante rausgebildet, weil man festgestellt hat, das ist über lange Sicht sehr, sehr wertvoll, genau das so zu machen. Das heißt, in einem halben Jahr mag vielleicht ein Problem gelöst sein und manche Kanten sind verschwunden und es sind neue Kanten entstanden. Wie sind die Knoten aufgebaut? Bei diesem Unternehmen ist es so, wir haben hier auch einen blauen Knoten, das ist ein formaler Knoten. Der ist deswegen schon gegeben, weil es ist eine GmbH, braucht einen Geschäftsführer, geht nicht anders. Derzeit sind die Gesetze eben so. Ja und so ein Knoten selber kann dann wieder ein einzelner Teilnehmer sein oder mehrere ganze Teams oder eine Abteilung oder sogar mehrere Abteilungen. So ein Knoten selber kann dann wieder aufgebaut sein in sich als vernetztes System, auch wieder mit formalen Vorgaben oder mit einer formalen Stelle beispielsweise, mit einer Führungsstelle. Und da sieht man schon, Hierarchie gibt es auch hier, widerspricht sich überhaupt nicht. Hierarchie und was ist eigentlich das da außen? Und dann kommen wir zum Begriff, den ihr vielleicht auch kennt, Heterarchie. Also Hierarchie, die macht weniger, Heterarchie, die macht vieler. Und das ist dieser Netzwerkgedanke, der hier mitschwingt. Aber die Hierarchie ist halt selbst erzeugt, aus dem Netzwerk heraus, nicht durch irgendeine Vererbung, sondern die wird einfach erzeugt. Was braucht es in diesem Unternehmen? Was braucht es für ein Menschenbild, damit so eine Struktur entsteht und leben kann? Das Menschenbild in diesem Unternehmen muss darauf beruhen, dass Menschen gewillt sind, Dinge zu verändern, Dinge selber in die Hand zu nehmen. Das heißt, sie wollen die Welt entdecken, sie wollen diese Probleme kennenlernen, sie brennen dafür und wollen das aber auch gestalten. Und da habe ich hier so ein mächtiges Wort Potenzialentfaltung hingeschrieben. Das ist nicht meine Idee. Das ist ein Konzept von Gerald Hüther, der Hirnforscher ist und sich ganz intensiv mit Lernprozessen bei Kindern beschäftigt hat. Wenn man so ein Kind mal sich anguckt, mein Sohn hat selber vor einem Jahr, eineinhalb Jahren laufen gelernt und das nicht, weil ich ihm gesagt habe, lerne jetzt endlich laufen oder weil ich eine Karotte gewedelt habe oder eine Peitsche. Das bringt nicht wirklich viel. Also ich muss ihn gar nicht motivieren, dass er läuft. Er läuft, weil er die Welt entdecken will. Er läuft, weil er merkt, dass seine Vorbilder es auch tun, ohne dass ich ihm das sage oder befehle. Er will die Welt entdecken und er will die Welt gestalten. Und das sind die zwei Grundbedürfnisse, die der Gerald Hüther in seinem Konzept erwähnt und sagt, Potenzialentfaltung ist möglich, wenn ich Entdeckerfreude und Gestaltungslust bereitstelle. Dann kann sich ein Potenzial entfalten. Kann. Nicht, dass es automatisch der Fall ist. Aber man muss sich ja vorstellen, ein Kind kommt mit einem Gehirn auf die Welt und das Gehirn weiß nicht, ob es im Amazonas auf die Welt kommt, wo es 20 Grüntöne unterscheiden muss oder hier in Deutschland, wo 20 Grüntöne völlig wurscht sind. Aber im Amazonas ist das halt schon relevant. Aber das muss ein Gehirn einfach können. Und das ist eben die Idee, die der Gerald Hüther sagt. Und wenn man das schafft, dass die Leute, die hier arbeiten, in diesem Unternehmen, die dort unterwegs sind, das mitgestalten wollen, eigenverantwortlich, dann hat man auch die Leute, die man braucht in diesem Unternehmen. Also Potenzialentfaltung, die Idee von Gerhard Hüther, hier als Menschenbild aufgenommen. Wie gestaltet sich jetzt der Aspekt Führung? Das ist sehr interessant, weil darüber könnte man sicherlich stundenlang erzählen. Ein heikles Thema. Ich sage mal, was ich da drin sehe und was dieses Unternehmen für sich daraus gemacht hat. Führung ist Arbeit. Das ist das Credo generell. Führung ist nicht unbedingt an eine Position gebunden. Überhaupt nicht. Führung heißt nicht, jemand führt nur, weil er eine Führungskraft ist. Führung ist Arbeit. Generell. Was kann man darunter verstehen, wenn ich sage, Führung muss nicht eine Person gebunden sein? Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier so ein Team in diesem Unternehmen, das habe ich mal exemplarisch rausgenommen und da finden sich Werte und Visionen. Dieses Wort Vision, das ist vielleicht anstrengend, aber es ist unendlich wichtig. Weil in der Vision steht das, wofür mache ich das eigentlich? Und wofür erklärt, ja, wofür ist es denn gut? Also die Sinnhaftigkeit wird herausgestellt und das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn diese Leute hier wissen, wofür wir das machen, zum Beispiel werden der Kundendienstleister, der beste Kundendienstleister in Deutschland beispielsweise oder sowas, könnte er sein und dafür brenne ich. Und das ist mir wichtig, das will ich, dann ist das eine ganz große Führungskomponente, nicht Kompetenz, Führungskomponente. Das ist entscheidend. Das treibt die Leute an. Und dazu muss ich kein Mensch sein. Ich muss nicht Mensch Vision sein, sondern die Vision braucht es. Und das kann Führung auslagern und entpersonifizieren. Aber auch Werte können das, auch wenn das wieder so ein abstrakter Begriff ist, werde ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Und das ist auch der Grund, warum jeder in diesem Unternehmen führt. Er führt aufgrund von seiner Kompetenz. Also Fragen, die zum Beispiel Prozesse angehen. Gibt es eine Person, die sich darum kümmert oder mehrere. Technikkompetenz ist vertreten, fachliche Kompetenz ist vertreten. Die Leute treffen die Entscheidung, wenn sie nah genug an dem Problem dran sind und die Kompetenz haben. Dazu muss ich nicht unbedingt eine Führungskraft haben, die alle Entscheidungen trifft. In jedem Problem. Technikentscheidungen, klar. Dafür gibt es einen Chef. Fachlichkeit, klar. Da gibt es einen Chef. Wie wollen wir hier eigentlich Bewerbung machen, klar. Da gibt es einen Chef. Alles macht der Chef, nur noch der Chef. Dann ist ja klar, dass sich Denken und Handeln immer mehr trennen. Brauche es hier nicht in dem Unternehmen. Deswegen Führungsarbeit und jeder arbeitet in diesem Unternehmen. Also führt irgendwie jeder auch. Mit seinen Kompetenzen. Und dann ist da noch ein ganz interessanter Aspekt. Gewählte Führungskraft. Das liest sich einfach, weil es nur zwei Wörter sind. Ja, ist ja so. Aber da steckt ja viel mehr dahinter. Gewählte Führungskraft, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt auch, ich kann sie wieder abwählen. Wahnsinn. Führung vererbt sich hier nicht, weil irgendeiner sagt, ah, du da unten, du passt mir ganz gut und ich nehme dich, weil meine Agenda kann ich dadurch durchsetzen. Geht nicht. Absolut unmöglich in diesem Unternehmen. Weil die Führungskraft wird gewählt. Also nicht gezwungen, du tust das jetzt, sondern hey, ich hätte Lust, ich könnte mir das vorstellen, ich würde das gerne machen. Also einen Teil der Entscheidungsmacht bündeln wir in dir als Person, weil die Abstimmungskosten sonst zu hoch werden. Und dann sagt die Person, das mache ich. Aber sie ist nur so lange eine gewählte Führungskraft, wie sie diesem Netzwerk dient, diesem Unternehmen dienen. Und das ist relevant. Nicht, ah gut, dann kann ich ja endlich machen, was ich will und dann kicke ich den anderen raus und den raus. Das funktioniert nicht. Diese Person muss diesem Netzwerk dienen. Und zwar, wenn es das Netzwerk nicht mehr kennt und nicht weiß, was in diesem Netzwerk resonanzfähig ist, beispielsweise so Gangnam Style-Video abspielen zu lassen, scheint ja wohl irgendwie in dieser Gesellschaft anzukommen. Also er muss die Gesellschaft kennen. Wenn er das nicht kennt, wird er abgewählt. Ganz einfach. Und das ist spannend, weil in den meisten Unternehmen gehen wir rein und wir sind ja mündige Bürger und wählen, habe ich mal mitbekommen. Das kann man machen. Und sobald man ein Unternehmen betritt, verlässt man das. Ich kann da nicht wählen. Nein, ich kann nicht meine Führungskraft wählen. Aber sonst außerhalb von Unternehmen mache ich das. Ja. 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 Gut möglich, dass sowas passiert, ja. Aber deswegen habe ich ja so eine intensive Vernetzung zwischen den vielen Knoten, dass genau sowas auch transparent wird. Also es kann sein, beispielsweise, dass dieses Team hier beschlossen hat, uns ist das einfach zu lästig. Wir wollen nicht alle gleichbestimmt, alle Fragen immer gemeinsam, wie sagt man, du hast doch diese schöne Schule gemacht, Konsens und Konsent oder Mehrheitsentscheid oder wie auch immer. Sie wollen das einfach nicht, sondern haben gesagt, wir bündeln das auf diese Person. Die Person hat gesagt, ich möchte das gerne machen. Und ja, genau, das könnte krankhaft sein. Genau, es könnte eine selbst erfüllende Prophezeiung werden. Logisch, natürlich. Aber der Austausch ist ja so extrem innerhalb dieses Unternehmen, dass sowas schnell transparent wird. Und da braucht es natürlich noch viel mehr Mechanismen, das ist ganz klar. Aber es könnten auch mehrere Knoten sein. Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ich meine das Formale, also das Verbalisierte und das Andere, beispielsweise, was auch mit Personenmacht zu tun hat. Leute, die Charisma haben, Leute, die argumentativ überzeugen können, Leute, die fachlich überzeugen können und damit natürlich auch eine gewisse Stimmung und Entscheidungsmacht tragen, die hast du immer. So oder so. Ich meine in dem Fall aber die formale Macht. Also die Leute, die dann formal gewählt werden. Aber der andere Aspekt ist auch noch wichtig, da werde ich hoffentlich eingehen. Ja. Das ist eine gute Frage. Also wir könnten jetzt sagen, hier, ihr seid alle gleichgestellt, was ihr per se jetzt ja auch gerade in diesem Moment seid. Und jetzt müssen wir regelmäßig Entscheidungen treffen. Und jeder kann mitreden. Selbst der, der personell einfach diese Personenmacht in sich trägt, der ist aber niemandem vorgesetzt. Also könntest du sagen, schön und gut, du mit deinen blöden Argumenten, ich komme jetzt gerade auf kein Argument, ich kann das nicht so verbalisieren, ich bin nicht so eloquent wie du, weiß auch nicht, aber du bist mir nicht vorgesetzt. Von daher, nö, ich bin nicht deiner Meinung. So, wir machen aber hier nach Konsens. Hm, viel Spaß. Das könntest du ja sagen. Ja, und schon haben wir eine Blockade und haben hohe Abstimmungskosten im Unternehmen. Weswegen vielleicht das Team sagt, hör zu, das wollen wir so nicht, wir müssen entscheidungsfähig bleiben, also wählen wir jemanden. Oftmals kristallisiert sich so ein Teamcoach oder dieser Teamcaptain, besserer Begriff, kristallisiert sich mit der Zeit raus. Und dann ist es vielleicht diese Person. Ja, richtig. Genau. Genau. Korrekt. Du zahlst für alles deinen Preis. Für jeden Vorteil zahlst du auch die andere Seite den Nachteil. Auch hier, das ist, das klingt jetzt alles ja so sehr schön, aber das hat natürlich auch noch eine Kehrseite. Wir werden uns die auch noch angucken. Aber Spannung hast du sowieso in allen Feldern. Du hast sowieso eine Hierarchie, weil du fachlich vielleicht nicht so viel weißt wie der andere, aber du denkst das zum Beispiel, hast schon eine Spannung, ob du jetzt vorgesetzt bist oder nicht. Interessant ist nur, wenn dieser Typ nicht mehr dient dem Unternehmen, dann wird er einfach nicht mehr gewählt oder wird abgewählt. Ja. Das sind Dinge, die das Unternehmen dann ausdiskutieren muss an der Stelle. Aber das ist ja das Tolle. Das ist ja flexibel. Es ist nicht einfach gegeben, dass du jetzt die Führungskraft bist und du vererbst das weiter, sondern du hast die Möglichkeit, in diesem Netzwerk eben hast du Resonanzfähigkeit und du hast sie auch nicht. Also wenn du nicht mehr deinen Beitrag leistest und das nicht auf Resonanz stoßt, verlierst du. Also es hätte sein können, dass du dieses Video von PSY, dieses Video, wenn du das online gestellt hättest, hätte sein können, dass das vielleicht niemanden interessiert. Hätte sein können, weil es nicht vorhersagbar ist, weil es nicht auf Resonanz stößt. Man kann natürlich schon bis zu einem gewissen Grad herausfinden, was auf Resonanz stoßt und was nicht. Und das ist die Aufgabe von so einer Führungskraft. Rauszufinden, was treibt dieses Unternehmen an. Und da muss die Führungskraft dienen. Sie muss an das Unternehmen ran und nicht mehr nur ihr eigenes Ding machen. Ich werde mal nachher noch auf ein, zwei Beispiele eingehen, wie wir es hier machen. Vielleicht bringt das noch ein bisschen Licht ins Dunkel. Und wir das... Ja, gern. Wie meinst du? Wie meinst du, wird informell gewählt? Achso, ja, ja. Ja, richtig. Genau, dem Elfenturm wurde in der Entscheidung gefällt. Ja, korrekt, aber das ist ja nicht das gesamte Unternehmen. Da fließt ja nicht alles so dran. Ja, richtig. Ja, genau. Da hast du wieder ähnliche Effekte, aber du kannst ja nicht abwählen. Du kannst dich ja schlecht dagegen wehren. Vor allen Dingen nicht, wenn du normaler Mitarbeiter bist. Richtig. Ja, genau. Aber das Grundprinzip ist trotzdem das gleiche. Sobald du informelles Netzwerk hast, und das hast du in jedem Unternehmen, ich habe zwar ja vorher dieses Organisationsdiagramm mitgebracht, das heißt aber nicht, dass es da nicht ein unterliegendes Netzwerk gibt, das ganz schön viel Entscheidungsmacht mitträgt und dass da Dinge passieren. Das ist vollkommen richtig. Aber hier wird es noch expliziter gemacht. Das ist der Unterschied. Also hier wird es formalisiert und es gibt die Möglichkeit zu wählen und es abzuwählen. Und das nicht nur informell, sondern ganz formal. Ja, das wird verbalisiert. Gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. Welche Kultur hat sich in diesem Unternehmen etabliert? Eine Kultur der Selbstverantwortung. Ich muss Verantwortung für meinen Handel übernehmen, wenn ich dieses Unternehmen mitgestalten möchte. Vertrauen wächst in diesem Unternehmen stetig und ist auch ganz wichtig, denn Vertrauen ist auch die Möglichkeit, Komplexität zu reduzieren. Wenn ich jemandem vertraue, dann glaube ich, sein Verhalten vorhersagen zu können, bis zu einem gewissen Grad. Und das ist ganz wertvoll. Partizipation. Die Leute müssen teilnehmen. Sie müssen da dran sein, sonst funktioniert es nicht. Und Kooperation ebenfalls. Es muss die Bereitschaft und die Fähigkeit in diesem Unternehmen gegeben sein, zu kooperieren. Also nicht jeder ist fähig zu kooperieren. Dazu braucht es natürlich auch noch gewisse Skills, die man etablieren muss. Wie gebe ich jemandem Feedback, anstatt zwischen Türen Angel oder ihm irgendwelche Sachen an den Kopf zu schmeißen. Aber es muss ja auch die Bereitschaft da sein, zu kooperieren. Also was motiviert die Leute, dass sie überhaupt zusammenarbeiten? Das war ein kleiner Einblick, da könnte man natürlich noch viel mehr sagen, ein kleiner Einblick, wie dieses Unternehmen sich aufstellt. Und ich möchte es nicht nur bei diesem kleinen Einblick bleiben lassen, sondern ich möchte jetzt mal konkret Beispiele nennen, wie wir es machen. Denn wir hier bei der Synix sind gar nicht so weit entfernt von dem, was hier die Grundidee ist. Wir haben ähnliche Grundideen hier etabliert, ohne dass wir davor diese Bücher gelesen haben. Sondern die Dinge sind, einer unserer Chefs, der Markus, die sind über die Jahre einfach so gewachsen. Mittlerweile schon vor über 17 Jahren. Da sind die Strukturen so gewachsen und entstanden. Und wie gesagt, nicht aus einer Literatur oder Theorie heraus. Da möchte ich einfach mal Beispiele bringen, wie wir es machen. Also das ist nicht exakt das, was hier passiert. Aber es gibt Ähnlichkeiten. Und zwar, ich bleibe mal bei dieser Super GmbH. Ich hatte nirgendwo anders Platz. Tut mir leid. Schultermuskel hatten. Ja, also egal. Auf jeden Fall sehen wir hier bei uns ähnliche Strukturen plötzlich. Wir haben wieder Knoten. Und wir haben Kanten. Die Knoten stehen bei uns für Teams. Die Kanten, ähnlich wie gerade eben. Es gibt formale Kanten, Dinge, die sich etabliert haben. Es gibt die schwarzen Kanten, die auch wieder informell entstehen und notwendig sind, Probleme zu lösen. Hier haben wir drei formale Knoten. Das sind unsere drei geschäftsführende Gesellschafter, unter anderem der Markus, der heute Abend da ist. Und das hier ist, wie gesagt, gewachsen. Mittlerweile mehr als 17 Jahren. Vor 17 Jahren gab es, glaube ich, noch nicht so viel Hype oder Interesse über das ganze Thema, auch Agilität. Da war der ja noch nicht ganz so stark unterwegs. Aber es war einfach notwendig. Die Leute haben festgestellt, so kann man gut arbeiten, so passiert viel, es fühlt sich gut an für die meisten von uns. Und das spiegelt sich auch wieder. Diese Struktur hier findet man, wenn man nachher eine kleine Führung macht, sofern ihr Interesse habt, das findet sich auch im Großraum wieder. Beispielsweise lebt diese Struktur auch darin, dass es keine Privilegien gibt. Also nur weil ich hier geschäftsführende Gesellschaftler bin, heißt das nicht, dass ich deswegen ein großes eigenes Büro habe mit eigener Dusche und einem Wasserfall, sondern die drei Herren sitzen bei uns genauso in einem Großraum wie jeder andere auch mit dem gleichen Tisch, den gleichen Pflanzen. Also das ist bei uns ganz normal. Also auch da findet sich diese flache Hierarchie und dieser Heterarchie-Gedanke wieder. Und ich habe hier außen das Unternehmen in so gestrichelte Linien dargestellt. Da habe ich die Systemgrenze gezogen. Gestrichelt deswegen, weil wir als Dienstleister extrem stark mit unserem Kunden vernetzt sind. Also wir haben die Vernetzung nicht nur nach innen, sondern wir haben die auch nach außen. Das hat Folgen, das gucken wir uns auch noch gleich an. Wie kommt denn diese Struktur überhaupt zustande? Also ein Organisationsdiagramm über die SINIX zu machen, das ist enorm schwierig. Aber ich habe mir mal gedacht, das sieht eigentlich meistens so aus und könnte man am besten darüber erklären. Wir haben Kundenteams. Wir sind ja Dienstleister für den Kunden, die produktbezogen arbeiten. Das sind unsere Kundenteams. Wir haben auch noch interne Teams. Das gibt es auch. Office-Team arbeitet nicht für den Kunden, sondern für uns oder Marketing zum Beispiel. Und es gibt die Möglichkeit, dass die Leute, die im Kundenteam arbeiten, darüber hinaus in internen Teams noch arbeiten können. Die meiste Zeit für den Kunden, aber auch intern. Ein Beispiel. Als wir über die Jahre hinweg größer und größer geworden sind, immer mehr gewachsen sind, kam die Frage auf, wer kümmert sich denn eigentlich um Bewerbung, um HR? Das muss man ja auch irgendwie machen. Und jetzt hätte man sagen können, stellt man Personaler ein, kein Problem. Wir haben uns aber gesagt, hm, eigentlich, so viel Kompetenz braucht man, glaube ich, nicht. Das könnten wir vielleicht intern, also nichts gegen Personaler, nicht falsch verstehen. Nein, 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 nein. Die haben ihre Daseinsberechtigung, glaube ich. Nein, 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 alles gut. Nein, wirklich, Scherz beiseite. Wir haben gedacht, wir können das Problem wahrscheinlich selber lösen. Erstmal. Probieren wir es aus. Und dann kam einfach die Frage, wer hat denn Lust, sich diesem Thema anzunehmen? Genial. Wer hat Lust? Und dann sagen Leute, ich habe Lust. Gute Voraussetzung, dass Leute gute Arbeit machen. Ganz einfach. Ja, und dann sind es diese weiß-grünen Personen, die dann gleichzeitig im Kundenteam sind. Hauptsächlich, logisch, die machen jetzt nicht 40 Stunden die Woche Bewerbung. Und dann haben sie noch ihre ein, zwei Stunden, vielleicht mal drei, wo sie Zeit verwenden für Bewerbungsprozesse, also Bewerbungsprodukt. Und so entstehen bei uns ganz, ganz viele Teams, die temporär über eine gewisse Zeit zusammen sind und vielleicht sich wieder lösen. Vielleicht sagt auch einer, ich habe keine Lust mehr darauf. Und das ist in Ordnung. Das darf er, er wird deswegen nicht ausgestoßen von der Gemeinschaft. Ist in Ordnung. So entstehen bei uns dann diese ganzen Strukturen, wie wir sie hier sehen. Das meine ich mit, wie entstehen eigentlich diese Kanten? Genau dadurch entstehen diese Kanten. Dass die Leute in Interaktionen gehen, das über einen längeren Zeitraum hinweg. Wie ist das jetzt mit Führung dieser Teams? Das ist bei uns ganz einfach. Alle Teams arbeiten bei uns selbst organisiert, nicht fremd organisiert, selbst organisiert. Also bei uns muss nicht der Markus, Thomas oder Achim die ganze Zeit da hinstehen und sagen, was macht ihr da eigentlich und wie tut ihr das und so solltet ihr das tun und das ist der richtige Weg. Nö, das machen wir schon selber, weil was braucht es denn an Kompetenzen, um erfolgreich ein Projekt zu gestalten oder ein Produkt zu entwickeln? Wir brauchen jemanden, der technisch Ahnung hat, wir brauchen jemanden, der fachlich Ahnung hat, wir brauchen jemanden, der prozesstechnisch unterstützt. Also so ein Rollenmodell, das haben wir auch. Wir arbeiten auch nach Scrum in vielen Stellen, ja, aber das ist die Grundidee dahinter, ist immer die gleiche. Wir brauchen diese Kompetenzen und da brauchst du keine Führungskraft dafür. Die Fachlichkeit ist unser Kunde, der ist hier außen, das machen wir auch selber, wir sprechen mit unseren Kunden, wenn wir was wollen und alles andere, das ist dieser Rahmen, da kommt dann unser Hausmeister Deluxe um die Ecke, Entschuldigung Markus, dass ich dich immer als Hausmeister Deluxe an dieser Stelle bezeichne, der tut eigentlich nichts anderes, der tut eigentlich nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass diese Menschen so gut es geht arbeiten können. Weil der Kunde, der wichtigste Kunde für eine Führungskraft ist, der Mitarbeiter. Weil wenn die 60 Mitarbeiter hier gut arbeiten können, ist das viel wert, weil diese 60 Mitarbeiter dann den Kunden glücklich machen können. Und was braucht es? Ja, Räumlichkeiten, Verträge, okay, das ist bei uns outgesourced, das darf hier passieren, also wir unterstützen natürlich auch, aber hauptsächlich dann dort. Ja, wir brauchen eine Vision. Wo wollen wir eigentlich hin? Wo soll die Reise mit dieser Firma hingehen? Das hilft ganz, ganz viel, um sich zu identifizieren und natürlich auch viel Entscheidungen treffen zu können. Und dann haben wir noch diese Coaches, unter anderem meine Wenigkeit und meine Kollegen, meine zwei, genau, die Melanie und der Sören. Wir sind Agile Coaches hier bei uns oder vielleicht Teamcoach wäre vielleicht der bessere Begriff, weil wir nicht nur agil denken. Wir sind Dienstleister. Wir leisten einen Dienst für alle hier in diesem Unternehmen. Und zwar nicht nur in Fragen vom Prozess, sondern auch in Fragen von Kommunikation, Konflikttraining, weil da, wo Menschen zusammenarbeiten, ihr wisst, wie es weitergeht. Ja? Ja? Ja. Ja. Das ist schön, gell? Ja. Also, Visionen gibt es einmal auf der größeren Ebene, Unternehmensvision, zum einen. Und da ist einfach ein Chef schon sehr relevant, weil er viel Macht in so einem Netzwerk auch besitzt. Einfach auch schon durch die Vorbilder, die sie selber sind und dieses Unternehmen auch tragen. Zudem tragen sie das Geschäftsrisiko als einziger, ganz klar. Also, es gibt die Unternehmensvision, dann gibt es die Teamvision. Also, dass ein Team eine Vision macht für sich selber. Wir wollen zum Beispiel das Team sein, was unseren Kunden glücklich macht. Unseren Kunden XY. Ja? Ja. Richtig, das ist jetzt der nächste Punkt. Also, das ist ein interessanter Punkt. Wir hatten, genau, das wäre jetzt das nächste. Wir haben hier, es ist ein langwieriger Prozess. Ja, ich komme auch noch auf die Schwierigkeiten in diesem System zurück. Aber, wir haben hier eine Unternehmensvision, einen Workshop, mehrere, drei, vier über die Zeit jetzt entwickelt und an der Unternehmensvision gearbeitet und die kommt nicht top down. Das wäre ja wieder genau diese Krux, das macht ja keinen Sinn. Sondern, die haben natürlich, müssen sie die Vision tragen, die Chefs auf jeden Fall, das ist besonders wichtig, aber die entsteht gemeinsam mit uns. Und das auch wieder nach der Frage, wer hat Lust an dem Thema zu arbeiten und ein paar erinnern sich von uns Zynixlern, waren dabei an dieser Vision und haben da mitgearbeitet. Also, das ist schon ein Prozess, der gemeinsam entsteht. Ja. Ja. Genau. Richtig. Korrekt. Christoph? Ja. 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 Vielen Dank. Ja, sehe ich auch so. Also das Thema Vision ist ein Thema, was sehr breit getreten wird und da kann man sehr viel erzählen. Da gibt es auch viele Meinungen dazu. Ich würde es an dieser Stelle gerne noch so belassen, weil ich würde noch einen Aspekt rausnehmen, Teamwerte. Das ist ein sehr abstrakter Begriff, aber ich möchte mal die Macht von diesen Teamwerten kurz demonstrieren durch eine Erzählung oder durch eine Möglichkeit, wie man das etablieren kann. Nehmen wir mal an, dadurch, dass wir weitestgehend alle auf der gleichen Ebene unterwegs sind, formal, nehmen wir mal an, diese Person hier kommt regelmäßig zu spät zu einem Meeting und jetzt bin ich ganz oft in der Rolle der Moderation unterwegs. Das stößt mir negativ auf. Klar, ich gehe zu dieser Person hin und sage, hey, wie wäre es denn, ich fände es irgendwie toll, wir könnten es pünktlich kommen, das würde uns allen einen Vorteil bringen. Dann sagt die Person, hör zu, interessiert mich nicht, du bist mir nicht vorgesetzt, mach, was du willst. Kannst du schon verlangen? Ja, okay. Gut, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich gehe zu meiner Führungskraft und sage, hey, die Person kommt immer zu spät und dann sagt die Führungskraft, also ist ein Szenario, ja, die Führungskraft geht dann zu der Person hin und sagt, das kann nicht sein, also das ist natürlich nicht gut, das schadet dem ganzen Team und auch der Stimmung. Und dann sagt die Person, ja, zurzeit geht es nicht, private Gründe, das habe ich dem aber auch gesagt und, hm, also ihr merkt, da gibt es dann gewisse Probleme, die da entstehen können. Die Führungskraft weiß jetzt nicht, hat jetzt der Quatsch erzählt, hat der Quatsch erzählt, der sagt jetzt, oh, ich kriege gerade auf den Deckel von meiner Führungskraft, es läuft alles schlecht und die sagen, ja, typisch, schon voll oft passiert. Tja, das ist ein einfaches Beispiel, aber das ist ganz oft ein Unternehmen, dass eine Führungskraft Entscheidungen treffen soll, dafür ist sie ja auch da und vor allen Dingen Konfliktsituationen kommen Person A und Person B und beide Versionen klingen irgendwie, hm, wie soll ich jetzt eine Entscheidung treffen? Egal, wie die Entscheidung ausfällt, einer davon wird irgendwie wahrscheinlich nicht glücklich sein und je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, verbreitet sich das im Lauffeuer und alle sagen, ja, dieser Chef, immer das Gleiche. Es gibt eine andere Möglichkeit, man kann sagen, hör zu, wir setzen uns zusammen, ja, also das ist dann eine Idee, eine Expertenberatung, die von außen hier reinfließt, wir setzen uns mal alle zusammen und überlegen, auf welcher Basis, von welchen Werten wir hier zusammenarbeiten wollen in diesem Team. Werte sind abstrakt, kann man sich nichts darunter vorstellen, korrekt, also wenn du sagst, Respekt ist mir wichtig, dann sag mir nochmal bitte, woran du Respekt auch erkennst und dann würdest du zum Beispiel sagen, wenn du pünktlich bist und dann heißt es in diesem Team, ah, Pünktlichkeit, das ist mir auch wichtig und dann nehmen wir diesen Wert Respekt und machen mit drei, vier Beispielen, die relevant sind für dieses Team, machen wir Regeln, zum Beispiel Pünktlichkeit. Und dann sagt das Team sich, okay, Pünktlichkeit ist uns wichtig und dann stelle ich noch die Frage, ja, Moment einmal, das ist ja schön und gut, klar, sagt ihr, Pünktlichkeit ist wichtig, da wird keiner sagen, das ist irgendwie völlig egal, es gibt Gründe, warum man es nicht ist, okay. Und jetzt sage ich, was machen wir Schönes, wenn ihr nicht pünktlich seid? Und dann sagen die, okay, nach dem dritten Mal gibt es einen Kuchen, nach dem zehnten Mal fliegst du aus dem Team raus und dann sage ich, ist das das, was ihr gemeinsam tragen wollt? Und dann sagen die Leute, jo, also ich habe ein Commitment und dann kann ich sagen, wenn der nochmal zu spät kommt, kannst du gerne machen, du bist dreimal zu spät gekommen, es gibt einen Kuchen. Und jetzt kann er sich nicht solidarisieren mit den anderen und sagen, ha, dieser Idiot, jetzt muss ich einen Kuchen backen oder sowas, weil alle sagen, Moment mal, du hast dich committed auf diese Werte, auf diese Regeln, also halte dich dran oder du fliegst raus. Ganz einfach. Das ist eine geniale Sache, weil das ist Führung, nicht an eine Person gebunden. Ah ja, gute Frage, richtig. Also Gott sei Dank hatten wir das hier nicht bis jetzt, aber ich sage, welche Möglichkeiten bestehen. Na gut, also man muss natürlich schon sagen, wenn die Leute hier sich einig sind, dass eine Person nicht reinpasst und es offensichtlich nicht geht, dann geht es nicht darum, dass wir uns alle liebhaben, heiraten und Kuschelgesellschaft werden. Das ist nicht die Idee, wir müssen Geld verdienen. Also kann es sein, dass die Entscheidung hier getroffen wird und dann geht man zum Chef und sagt, diese Person ist nicht mehr in diesem Team. Dass er vielleicht ganz rausfliegt, ist möglich, aber er ist nicht tragbar bei uns und die Entscheidung liegt dann in dem Fall bei den Chefs, wo kann man ihn einsetzen. Natürlich, vielleicht würde das ganze Unternehmen die Entscheidung treffen, aber so sind wir nicht aufgestellt, das machen wir nicht. Also das ist schon ein Unterschied zu dem, was wir davor erlebt haben. Also wir sind hier nicht komplett heterarchisch und wir wählen unsere Führungskraft, das ist bei uns nicht der Fall. Aber es hat ja auch Vorteile. Ja, welche Kultur hat sich bei uns etabliert? Wir haben soziale Verantwortung, das war, glaube ich, ohne dabei gewesen zu sein, einer einfach dieser Kerngedanken, die von Anfang an bei euch drei da waren, ein Unternehmen zu etablieren, wo die Menschen Lust haben zu arbeiten und einen schönen Arbeitsplatz haben und nicht nur buckeln müssen. Das war so, das hat sich damals, war das die Idee, die sich daraus entwickelt hat und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Ja, aber es ist doch schön, wenn man so denkt, weil das ist ja die Möglichkeit, dass die anderen auch so die Erfahrung machen können. Tja, Flurfunk, nicht immer gut. So ein Unternehmen, was so stark vernetzt ist, wo alle Leute in einem großen Raum zusammensitzen, da gehen Informationen hin und her super schnell. Flüsterpost, Informationen verändern sich und plötzlich heißt was, wir werden gekauft oder wie, wir sind pleite. Also alles möglich, ja, wirklich alles möglich. Das ist nicht immer nur gut, aber ihr könnt euch sicher sein, eine Information geht sehr, sehr schnell rum und vor allen Dingen sowas wie Neuer kommt oder jemand geht. So Informationen sind immer resonanzfähig in solchen Netzwerken, bis jetzt meine Erfahrung. Kooperation mit dem Kunden, das machen wir selber. Also außer Vertragsverhandlungen, da haben wir auch keine Lust, machen wir alles mit unseren Kunden selbst aus, weitestgehend. Und Duokratie, ich weiß nicht, ob es diesen Begriff noch irgendwo anders gibt. Ich behaupte, wir haben ihn erfunden. Du willst etwas bewegen, tu es. Mach es doch. Hier ist die Möglichkeit. Du findest die Vision blöd, dann bring es in Diskussion. Hol die Leute ab, informiere sie, sag, was du machen möchtest, aber tu es selber. Nicht da sitzen und meckern. Und dann haben wir darüber ein paar Praktiken etabliert. Zum Beispiel arbeiten wir weitestgehend iterativ. Also ich habe ja schon gesagt, Scrum ist bei uns in vielen Teams gang und gäbe, aber wir arbeiten im Grundgedanken iterativ. Plan, do, check, act. Und das nicht auf 10-Jahresebene, sondern so klein wie möglich. Risiko minimieren. Und so ist auch unsere Vision entstanden. Wir haben nicht gesagt, ganz klar, das ist die Lösung. Oder ich habe gesagt, ganz klar, weil ich habe den Workshop am Anfang moderiert und habe mir das Design des Workshops ausgedacht. Ich habe gesagt, hey, das ist genau das Design. So müssen die Leute arbeiten. Genau dann kommt eine geile Vision raus. Nein, das habe ich nicht. Ich muss natürlich flexibel bleiben. Ich muss gucken, was passt in dem Moment noch rein. Das ist nicht immer ganz einfach. Das ist ein bisschen so ein Drahtsalat. Frühstücks haben wir etabliert. Jeden ersten Freitag des Monats sitzen wir alle hier in diesem Raum. Da wird Frühstück geliefert. Wurst, Käse, Brötchen. Und dann essen wir gemeinsam. Da werden neue Projekte vorgestellt. Leute, die irgendetwas entwickelt haben, darüber hinaus. Neue Mitarbeiter vorgestellt und Flurfunkthemen angesprochen. Wer hat gehört, dass dieses Unternehmen gekauft wird oder sowas? Völliger Quatsch. Also das ist ein tolles Mittel, weil die Chefs dadurch genau diesen Flurfunk versuchen zu reduzieren oder genau diese Emotionen rauszunehmen, wo sie nicht hingehören, wenn sie nicht berechtigt sind. Jedes Team bei uns hat die Möglichkeit, gecoacht zu werden. Also wir haben ja echt diesen Luxus, dass jedes Team auch einen Coach zur Seite hat. Also wir in unserer Rolle, die dann auch ausgebildet sind, nicht nur das agile Coaching und das, was ich sehe als Expertenberatung, sondern auch darüber hinaus alles Mögliche, was mit Kommunikation zu tun hat, Konfliktnavigation. Diese Möglichkeit gibt es hier. Schule haben wir etabliert. Einmal die Woche kann, wer möchte, einen Vortrag halten oder was Neues vorstellen, neues Framework oder etwas über Kommunikation berichten, was wir ganz gern machen. Und wir haben eingeführt 20, 80 Prozent, das kennt ihr wahrscheinlich auch, Google zum Beispiel. Wir arbeiten, wir wünschen es uns, dass wir 80 Prozent der Zeit auf den Kunden arbeiten, diese Zeit in Rechnung stellen und 20 Prozent der Zeit können wir nicht machen, was wir wollen, sondern schaffen Mehrwert für dieses Unternehmen. Das kann zum Beispiel sein, ein eigenes Produkt zu entwickeln, haben wir auch schon gemacht, oder uns weiterzubilden und das ins Unternehmen wieder reintragen oder uns in anderen internen Teams zu beteiligen. Und das sind Praktiken, wie wir es ganz konkret machen, diese Ideen umzusetzen und in diesem Netzwerk unterwegs zu sein. Also iteratives Vorgehen, Ergebnisoffenheit, das ist schon ganz gut, weil man dadurch dieses erschwerte Planen begegnen kann. Jetzt wird es interessant, weil jetzt gucken wir uns auch mal an, welche Herausforderungen eigentlich in diesen Unternehmen auch bestehen und generell in solchen Netzwerkunternehmen oder diesen stark vernetzten Unternehmen. Das finde ich unter dem Punkt Netzwerkwissen vielleicht ganz spannend zusammengefasst. Und zwar ist es so, in unserer Ausbildung hier in unserer Schule, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war es schon so, diese Organisation von Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Studium ist immer gleich aufgebaut, auch hierarchisch. Es ist immer top down und das, was man da selber erlebt, hat mit dem Netzwerk sehr, sehr wenig zu tun. Und dieses Netzwerkwissen, was man hier aber braucht, um unterwegs zu sein, das ist nichts, was man in der Schule wirklich lernt. Das ist auch nichts, was man im Studium wirklich lernt. Dieses Themengebiet der Chaosforschung, Komplexitätsforschung ist auch noch nicht so alt. Was muss man da wissen? Was meine ich mit Netzwerkwissen? Systemdynamik, das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Solche Netzwerke erzeugen Eigendynamiken, die sehr, sehr schnell sein können. Die können einen enorm umhauen. Ganz schnell kann das passieren, dass jemand Gangnam Style irgendwo platziert und plötzlich ganz viel verändert. Das ist einfach so. Ursache, Wirkung. Wenn Menschen so stark miteinander vernetzt sind, ist die Ursache, Wirkung sehr schwer noch herauszufinden. Vor allen Dingen, was ist eine lineare Ursache, Wirkung? Weil du das gesagt hast, habe ich jetzt so reagiert. Ja, Moment mal. Weil du letzte Woche und deine nonverbale Körperreaktion hat mir gesignalisiert, dass es sehr, sehr schwierig ist, wo ist Anfang, wo ist Ende. Bei einer Uhr, die kaputt geht, ist es noch einfacher, wenn ich das Zahnrad austausche. Aber hier, wo es so viele Rückkopplungsmöglichkeiten gibt, ist Ursache, Wirkung schwierig. Deswegen, wenn man sich die Frage stellen muss, wie lange nutze ich die Zeit, Dinge zu analysieren? Vor allen Dingen in komplexen Problemen, Problemen zwischen Menschen und wie viel Zeit nutze ich, mir zu überlegen, was könnte eine mögliche Lösung sein? Demokratisierung ist noch ein interessanter Punkt. Wenn es so ist, dass in einem Netzwerk der Anbieter nicht mehr ganz so relevant wird, sondern die Nachfrage eigentlich die Relevanz vorgeben, dann habe ich eine Verschiebung der Macht von dem Anbieter zum Nachfrager. Das ist das, was in diesen Netzwerken passiert. Bin ich resonanzfähig mit dem, was ich tue oder nicht? Das entscheide ich nicht allein durch mein Angebot. Der Psy konnte nicht wissen, dass er damit die ganze Welt gewisse Teile verändern wird. Das kann er ja nicht wissen. Aber die Nachfrage hat ihm diese Macht gegeben an dieser Stelle. Und das muss man einfach wissen in solchen Unternehmen, in solchen Netzwerken, dass man dann nicht eine Entscheidung trifft für das Netzwerk, nur weil man denkt, man müsste sie gerade treffen. Der Peter Kruse hat da ein schönes Bild mitgebracht. Ihr kennt vermutlich alle Wege in einem Park. Da kommt irgendein Landschaftsarchitekt auf die Idee oder den Auftrag, hört zu, legt mal Wege in einem Park an, in so einer grünen Anlage. Und dann denkt er sich, ja, meine Expertise ist genau das und nach Feng Shui sollte der Weg so sein. Jetzt macht er diesen Weg und dann kommen doch vermalledeit Menschen auf die Idee, sich nicht an diesem Weg zu halten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die laufen Abkürzungen über diesen grünen Weg hinweg. Und das ist genau die Idee dahinter. Unternehmen würde ich sagen. Nein, in der USA gibt es Städte, die sagen, ich habe eine grüne Anlage, da muss ein Weg hin. Ich weiß aber nicht, wie die Menschen zukünftig laufen werden oder was da der wichtigste Weg ist. Also lasse ich sie über diese grünen Anlagen laufen. Es entstehen Wege. Dann ist das doch offensichtlich das, was resonanzfähig ist. Also baue ich den Weg nach dem, was sie gelaufen sind. Anstatt, dass wenige, die Expertise haben und vielleicht gute Ideen, den Weg vorgeben. Das ist gemeint mit Komplexitätsfalle, dass eine Führungskraft denkt, sie muss jetzt eine Entscheidung treffen, weil es notwendig ist, weil sie sich als Führungskraft verantwortlich fühlt. Aber die Entscheidung trifft nicht die Resonanz. Das ist ganz interessant. Ja. Genau. Die werden wissentlich immer ignoriert. Ich bin eine Person. Ja, es ist so. Sollen wir nicht benutzen, aber müssen wir rausschneiden. Das wird sanktioniert. Entscheidungsfindung. Das ist nicht ganz einfach. Ich habe ja gesagt, wir haben zwar drei Geschäftsführer, aber die sind ja nicht im Daily Business bei unserer Arbeit so etabliert, dass sie da alles mitbekommen. Und das ist auch gar nicht die Idee. Also wir haben hier in diesen Teams ganz viele Möglichkeiten der Abstimmung, weil ja jeder mit jedem kann, darf und sollte. Und wenn es jetzt Entscheidungen gibt, die auch noch darüber hinaus koordiniert werden müssen mit vielen Teams, dann kann es sein, dass die Abstimmungskosten zu hoch werden. Das Chaos entsteht und das wollen wir nicht. Ich glaube, keiner hat derzeit gerade eine Synix-Tasse in der Hand, oder? Hat irgendeiner eine Synix-Tasse hier? Nein? Wir haben, das ist ein tolles Beispiel, wir haben eine Synix-Tasse. Die gibt es draußen unter dem Kaffee, aber wenn ihr einen Kaffee trinken will, darf was machen. Eine Tasse mit diversen Icons drauf. Wie lange, glaubt ihr, braucht man, um eine Tasse, Rohling, mit diesen Icons hier in der Hand zu halten, wenn man die Idee hat, dass man sowas möchte? Also wie lange, denkt ihr, braucht es so eine Entscheidung zu treffen und das abzustimmen? Was, glaubt ihr, haben wir gebraucht? Wie lange? Zwei Monate? Höre ich mehr? Höre ich weniger? Ja, einfach mal so ins Blaue, was denkst du, wie lange man braucht in so einem Unternehmen, was ich bis jetzt ja vorgestellt habe bei uns? Was denkst du, irgendeine Zahl? Zwei Monate haben wir gehört? Fünf Tage? Also, Markus, korrigiere mich, aber ich glaube, wir haben zwei Jahre gebraucht, bis jetzt diese Tasse, zumindest wird es im Flurfunk immer erzählt, wir haben zwei Jahre gebraucht, bis diese Tasse auch wirklich so entstanden ist. Das ist das, das korrigiert mich für alle, die in der Synix sind, aber ich meine, es sind zwei Jahre, die wir gebraucht haben. Ja, genau. Guter Punkt. Also, das ist genau das, zwei Jahre gebraucht, um so eine Tasse zu drucken. Gott sei Dank war es ja nur so eine Tasse. Also, sich für das Design entscheiden, bis es dann da ist. Es war nur eine Tasse. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das etwas ist, was relevant wird für, zum Beispiel, machen wir das Projekt ja oder nein? Welchen Weg wollen wir gehen? Den oder den? Also, das muss man sich schon gut überlegen. Wie viel Abstimmungskosten können wir noch tragen, bevor wir uns entscheiden müssen, bis jemand eine Entscheidung trifft? Und zwar, es wird jetzt entschieden. Solche Sachen sind im Netzwerk gar nicht so einfach, weswegen dann auch eine gewählte Führungskraft manchmal zustande kommt, weil die Abstimmungskosten es nicht mehr rechtfertigen können, dass jeder mit entscheidet. Bei allen Fragen. Vielleicht kommt das Netzwerk selber auf Möglichkeiten, das noch anders zu machen, bevor man eine Führungskraft braucht, wählt oder es eine gibt, die die dann Entscheidungen treffen müssen. Ja. Ja. Ja, 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 schon klar. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht, war ich nicht dabei. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, richtig. Korrekt, genau. Deswegen wird ja, also die meisten Entscheidungen treffen wir für dich unabhängig, weil wir das gar nicht brauchen. Das ist ja die Idee. Nein, die Entscheidungsmacht ist nicht an eine Führungsperson gebunden, überhaupt nicht. Das ist ja oftmals der Fehlgedanke bei der Hierarchie aus meiner Sicht, dass die Leute denken, weil sie in der hierarchischen Person sind, also in der Position sind, müssen sie auch immer die Entscheidung treffen. Nein, überhaupt gar nicht. Gar nicht. Man kann auch streng hierarchisch sehr, sehr elegant führen, indem man einfach immer wieder den Ball zurückspielt und als Moderator dient, vielleicht als Coach oder so. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also das möchte ich da nicht plakativ darstellen. Oder halt uns als Coaches, die nicht in dem Thema drin sind, fachlich und technisch sind wir ja nicht drin. Wir wollen uns auch nicht drei, vier Stunden lang im Kreis drehen, das ist für uns extrem anstrengend, aber kann auch passieren. Na gut, wir wollen uns ja die Wurst verdienen. Die gibt es gleich, die Würstchen, okay? Ich werde mich beeilen. Kooperation und Partizipation, wichtiger Aspekt. Auch hier nicht immer ganz einfach. Wie bekommen wir die Leute, dass sie auch partizipieren? Was bedeutet das, wenn sie es nicht tun? Dann kann es sein, dass eine Minderheit an die Macht kommt. So wäre es jetzt politisch mal gedacht. Sowas wie AfD, könnte ja sein. Und auch hier muss man immer aufpassen, wie hole ich alle ab, bevor ich sonst nur wenige habe, die Entscheidungen treffen, also die überhaupt partizipieren und dann für etwas stimmen und es aber nicht das Gesamtbild abgibt von einem Unternehmen. Also wie schaffe ich es, dass Menschen partizipieren, teilnehmen und wie schaffe ich, dass sie miteinander kooperieren, auf welche Art und Weise? Das muss man sicherstellen, weil wenn die Leute nicht partizipieren, dann passiert in diesem Unternehmen, die Gestaltungsmöglichkeit zumindest nimmt ab und das Problem, dass einzelne Meinungen mehr Gewicht bekommen, als sie vielleicht sein sollten. Das muss man immer aufpassen, solchen Netzwerken. Ein weiterer Aspekt, wir arbeiten in Teams und das hat natürlich, ja. Dass genau sowas nicht passiert? Wir alle. Ja. Genau, also. Das fällt uns dann schon auf, wenn wir da sitzen und gemeinsam die Vision erarbeiten wollen. Und dann sind vielleicht nur die Hälfte derjenigen Leute da, die schon seit zehn Jahren in diesem Unternehmen sind. Und das sind aber Leute, die einfach wichtig sind, weil sie Kulturträger sind hier. Und dann sind die nicht dabei. Und dann sagen wir, wie sollen wir da ein gutes Ergebnis liefern, weil wir glauben nicht, dass wenn die das nachher nicht mittragen, dass das was gibt. Ja, das ist eine Vermutung. Und das diskutieren wir dann schon. Also das ist nicht so, dass denn unsere Chefs klammheimlich dann losgehen und dann Klinken putzen, sondern das ist das, was wir ja gemeinsam diskutieren. Und dann wird schon geguckt, wie kann man das machen und da unsere Chefs am längsten hier sind, haben sie natürlich auch den besten Draht zu denen, die auch schon lange da sind. Und dann wird entweder das an dir ausgelagert oder ein anderer macht es, der vielleicht einen guten Draht zu der einen oder anderen Person hat. Also das ist halt eben das, was wir versuchen sicherzustellen an der Stelle. Aber die Möglichkeit, jeder das in die Kommunikation zu bringen. Ja, Du, Kratie. Ja, Marketing. Genau. Man kann schöne Fragen stellen, richtig. Einfach mal nur so Fragen reinstellen. Gehen wir nochmal zu den Teams über. Bei den Teams ist es natürlich so, da müssen wir schon aufpassen, dass es nicht Pseudo-Teams sind. Also jeder so sein eigenes Süppchen kocht und eigene Ziele verfolgt. Wir wollen aus vielen Körpern einen Geist schaffen. Das ist schon unsere Maxime, aber das ist nicht einfach. Deswegen brauchen wir gemeinsame Ziele, irgendwo drauf hinzuarbeiten. Wir müssen auch aufpassen, dass hier diese zwei roten, dass es nicht Trip-Brettfahrer geben, die sich, also dass es die nicht gibt, dass die sich ausruhen, zurücklehnen und sagen, es gibt ja keinen Chef, wir werden hier nicht kontrolliert. Ich ruhe mich mal aus, es fällt ja nicht auf, wenn das Team vielleicht nicht so viel performt. Das Team wird das schon machen, aber ich will es nicht. Da muss man aufpassen, dass es die nicht gibt. Also, dass man Arbeit visualisiert, Transparenz reinschafft, dass auch das Team das selber reguliert. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Das hatten wir auch schon. Vielleicht ist es nicht so übertrieben, wie ich es dargestellt habe, aber schon welche, die sich eher zurückhalten. Harmonie-Kult, das ist auch etwas, was typischerweise in Teams ganz oft auftritt, dass man es nicht gewillt ist, sich gegenseitig Feedback zu geben, was vielleicht auch mal etwas härter ist. Weil ganz oft ist die Frage, was wiegt mehr, das Produkt oder die Arbeit oder die Beziehung zwischen uns? Wenn jetzt jeder auf die Idee kommt, die Beziehung mehr zu werten als das Produkt, sind wir irgendwann nicht mehr geschäftsfähig. Da muss man aufpassen. Es geht nicht darum, dass wir eine Kuschelkultur etablieren, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen klingen mag und wir hier auch ganz viele Freiheiten haben. Das können wir ja nachher nochmal angucken. Nein, es geht darum, dass wir gut zusammenarbeiten, gutes Ergebnis liefern. Das ist die Idee. Also Harmonie-Kult ist nicht ganz ohne. Also wir haben das schon oft gehört, dass wir in Einzelgesprächen mitbekommen haben, mich stört etwas. Und dann, wenn wir gemeinsam darüber sprechen wollen, dann ist da dieser Riesenelefant in einem Raum, der die Luft von jedem zum Atmen nimmt, aber keiner will ihn ansprechen. Wo dann schon auch unsere Aufgabe ist, ja genau, und jetzt stechen wir mal in diese Wunde und wir legen den auf den Tisch. Aber dann muss ja trotzdem die Bereitschaft sein, darüber zu sprechen. Dann kann immer noch jeder sagen, nee, sehe ich nicht so. Ja, also Harmonie-Kult übertrieben dargestellt. Das findet man, glaube ich, sehr, sehr oft. Noch zu guter Letzt. Tja, Identitätsdilemma, das ist auch so etwas. Man muss sich im Klaren sein. Wenn man sich vernetzt, intern und extern, dann macht man das zu einem gewissen Preis. Und zwar, wenn man sich nach außen hin vernetzt, dann vernetzt man sich ja auch mit der Kultur und den Werten von den Partnern gegenüber auf der anderen Seite. Weswegen es zu einer gewissen Schmelze kommen kann, Fusion wäre vielleicht der bessere Begriff, dass zwei Identitätskerne, zwei Unternehmen, fusionieren, weil sich die Werte und Kulturen treffen und sich dadurch durchmischt. Oder das andere Problem ist, es gibt schon keine Identität mehr, weil wer sind wir eigentlich noch, wenn der Kunde, Teil des Kundes fünf Tage die Woche hier sitzt, so wie jeder andere auch. Ist der jetzt Synix oder nicht? Nee, er hat keinen Arbeitsvertrag bei uns. Okay, aber er sitzt doch fünf Tage die Woche da. Das wird konfus. Und da muss man aufpassen, dass die Zentrifugalkräfte des Unternehmens hier nicht nach außen schleudern und jeder irgendwo anders ist, weil keine Identität mehr da ist. Also wie schafft man es, dass die Leute gewillt sind, hier zu arbeiten? Weil Karriere machen bei der Synix, wie man es klassischerweise kennt, indem man in die Karriereleiter aufsteigt, das ist ein bisschen schwierig, weil das haben wir so nicht. Und das ist auch gar nicht die Idee. Ich habe es nicht. Also ich kenne keinen von einem Unternehmen bei uns, der gesagt hat, ich will unbedingt aufsteigen in der Karriereleiter, mehr Verantwortung oder so. Das gibt es bei uns nicht. Also, oder? Ja, genau. Und da ist natürlich die Frage, was reizt die Leute dennoch hier zu arbeiten, wenn es nicht die Karriereleiter ist? Und das hat was mit Identität zu tun. Wir müssen eine Identität schaffen, dass die Leute gewillt sind, hier zu arbeiten, dass sie es wollen. Und da muss man sich immer bewusst sein, man holt sich den Kunden rein und zwar nicht nur, damit er arbeitet und Fachlichkeit bei uns reinträgt, sondern auch die Kultur und auch die Werte von dem. Das durchmischt sich und das muss immer mit dabei sein im Hinterkopf. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, ausreichend genug mit allen möglichen verschiedenen Themen bespaßt, wie auch immer. Ich hoffe, ich habe den ein oder anderen Impuls setzen können. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht was davon mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen gemeinsam diskutieren. Aber es ist verständlich, wenn ihr alle rausrennt und euch was zu essen holt, ein bisschen bewegt. Ich kann euch anbieten, wenn ihr Lust habt, eine kleine Führung durchs Büro, dann könnt ihr mal sehen, wie wir hier so leben, arbeiten. Könnt ihr euch das mal angucken. Wer möchte, schauen wir mal, dass wir vielleicht nach der ersten Wurst starten. Ansonsten, danke, schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr so lange geduldig mir zugehört habt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.